Ja, hallo Leute, so sieht das hier aus am Brandenburger Tor. Wir haben eine Technoparty gefeiert. Unser Land geht den Bach runter. Und das hier soll eine politische Veranstaltung sein. Und die Leute tanzen hier. Man könnte dazu auch geschmacklos sagen. Gut, ich will kein Spielverderber sein. Das ist der Tanz quasi vor dem Absturz. Also, so sieht der Widerstand aus. So sieht politischer Widerstand in Deutschland aus. Das ist Party-Scheiße hier. Also, liebe Freunde, wenn ihr das wollt, geht in Diskotheken. Aber das hat auf dem politischen Widerstand gar nichts verloren. Also, macht's gut. Bis später.